BUMBUH BUMBUH Hallo, seid gegrüßt, werte Ritter, scharrt euch um meine Tafelrunde und wir reden gemeinsam über eine Serie, in der es weder eine Tafelrunde gibt, aber vielleicht ist die ja die Serie selbst eine runde Sache oder auch nicht, das werden wir zusammen herausfinden. Ich, Lasse Vogt, der heutige Anmoderator, gemeinsam mit Sir Dominik. Ja, hallo, wir können das Ganze ja auch 13 Reasons Kirst nennen. Eigentlich, ne? Und außerdem der edle Sir Patrick. Hallo, oder wir können es auch Merlin 1910 nennen, äh, 1910. Wir können es auch Tote Merlins Weinen nicht nennen. Oder Tote, Tote, Tote Mönche, Tote Mönche Weinen nicht, genau. Oh, fuck, das ist genial. Boah. Ja, okay. Keine Minute drin und tun wir jetzt flach ohne Ende. You just won the joke of a day, Sir. Ja, es geht um die Serie Cursed, welche am 17. Juli startet auf Netflix. Insgesamt zehn Folgen. Hier geht ja so knapp eine Stunde. Kann irgendjemand von euch sagen, worum es in der Serie geht? Also wir müssen ja dazu anmerken, wir hatten ja das Privileg von Netflix, nicht nur irgendwie einen kurzen Blick reinzuwerfen, sondern wir konnten vorab für euch die gesamte Serie sehen. Ja. Und wie sie uns gefallen hat, das klären wir jetzt. Ja, es ist wahrscheinlich schon weitreichend durch die Medien gegangen. Es ist die neue Serie mit Catherine Langford, bekannt aus Netflix-Hitserie Tote Mädchen Lügen nicht, wo ich gerade ganz nonchalant drauf angespielt habe. Und ja, das Ganze ist eine, wenn man es mal grob beschreibt, es ist eine moderne Neuinterpretation der klassischen Arthussage. Und jetzt nicht nur Arthuss, wenn man Arthuss hört, denkt man halt nur an Excalibur und den Stein und das war es dann eigentlich auch schon. Und vielleicht noch Merlin, aber da ist ja noch durchaus mehr, wenn man zum Beispiel mal in die Wikipedia guckt. Und diese Serie rückt jetzt eine bedeutende Figur aus der Arthussage in den Vordergrund, nämlich Nimue, äh, Nimue, oder so ähnlich? Nimue, ja. Nimue, ganz einfach. Nimue, ja, die sprechen das alle so schnell immer. Am Anfang habe ich Nimue verstanden. Egal, gespielt von Catherine Langford, die ist eine sogenannte, ja, Faye. Was nie so richtig klar wird, aber egal, es ist ein Fabelwesen, die lebt in einem Wald und wird irgendwie bei einem Ritual eigentlich auserkoren, die neue Beschwörerin zu werden. Hatte aber keine Lust drauf, will sich absetzen und im Verlauf schlachten dann rote Paladine, die im Auftrag der Kirche, ja, England, beziehungsweise spätantike England von den Befreien reinigen wollen. Die zerstören ihr ganzes Dorf und töten ihre Mutter und von ihrer sterbenden Mutter bekommt sie den Auftrag, beziehungsweise ein Schwert ausgehändigt mit dem Auftrag, es an Merlin zu übergeben. Und so macht sie sich dann auf die Reise und, ja, das ist so der Ausgangspunkt für die Geschichte, ne? Im Prinzip, ja, genau. Faye sind sozusagen die allgemein so, dieser allgemeine für Fabelwesen, für magische, jedenfalls für nichtmenschliche Kreaturen, die irgendwas nichtmenschliches haben. Und dann haben wir als die Gegenpartei eben die fanatischen Paladine, dann eben auch noch den König oder falschen König, wie auch immer, Ufa Pendragon. Genau. Und dieses und jenes und das. Was die Schöpfer der Serie angeht, wir alle kennen Frank Miller, den Autor und Zeichner von Comics wie Sin City und 300, Fascho Batman. Ja. Und anderen politisch zweifelhaften Werken, richtig. Tom Wheeler war unter anderem Drehbuchautor bei Projekten wie Der gestiefelte Kater und für Lego-Ninjago-Movie. Ja. Teilweise basiert die Serie auf dem gleichnamigen Buch, welches von den beiden stammt, aber ich hab noch nie davon gehört und es ist auch erst irgendwie seit Mai verfügbar. Das scheint mir so eine Art von Xerxes-Situation zu sein, wo die einfach so die Ideen von dem noch nicht existenten Ding genommen haben und dann kam das früher raus, als der Comic ist überhaupt der Xerxes-Comic inzwischen draußen, wie im Fall von 302. Also die Serie basiert tatsächlich schon auf der Vorlage, soweit ich weiß, aber die Vorlage ist halt erst im Mai erschienen, auf jeden Fall hier in Deutschland. Die haben auch noch gar nicht so viele gelesen und die wird auch wirklich direkt beworben mit, ja, die Vorlage zur neuen kommenden Netflix-Serie. Genau, Netflix Original steht auf dem einen Band, wenn man auf Amazon guckt und so. Genau. Von euch bin ja ich eher so der Comic-Nerd und noch nicht mal ich hab, bevor ich diese Serie schauen konnte, von dieser Vorlage gehört. Und das ist nicht nur, weil Frank Miller die letzten Jahre stark abgebaut hat, sondern einfach, weil es durch Covid total unter Ferner liefen lief. Man sollte allerdings Frank Millers Rolle bei der ganzen Nummer auch, glaube ich, nicht so sehr überbewerten. Also ich hab durchaus drauf geachtet, so gewisse Motive, die man ja von Miller kennt, ob die irgendwie in der Serie gelandet sind oder so. Also im Erzählerischen einfach und da war jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Also das scheint eher eine Schöpfung von diesem Tom Wheeler zu sein. Und der Roman wird ja, glaube ich, auch unterstützt dann von Zeichnungen von Frank Miller. Ich glaube, das ist in erster Linie seine Rolle gewesen an der ganzen Nummer. Es gibt immer mal wieder so überleitende Animationssequenzen. Ich denke, da war Frank Miller dann dran beteiligt. Genau, genau. Die tragen auch definitiv seine Handschrift. Leute, ich würde aber sagen, bevor wir so ein bisschen tiefer einsteigen, machen wir es vielleicht erst mal so ein bisschen spoilerfrei. Weil wir haben, wie gesagt, die ganze Staffel jetzt schon gesehen und ja, spoilern kann man da schon einiges, auch wenn nichts davon einen wirklich überrascht. Aber okay, ja, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht erst mal so ein bisschen klären, warum wir uns das jetzt angesehen haben und was so unsere Erwartungen daran waren? Wir haben es uns angesehen, weil es uns angeboten wurde und da haben sie gesagt, jo. Ich habe es halt angeguckt, weil ich dachte, hey, Fantasy, okay, cool, das ist mein Ding. Und außerdem, das ist das erste Mal, dass ich auf diese Art eine komplette Serie tatsächlich vorgesetzt bekommen habe und sie so besprechen kann. Bisher waren es immer nur Filme. Und das war ganz komisch im Prinzip für so eine Deadline, dieses Ding zu gucken und sich dann wirklich. Und ich glaube, es war von Vorteil, dass ich das so gucken musste, weil ich weiß nicht, es könnte sein, dass ich eventuell irgendwann so ein bisschen das Interesse verloren hätte. Bei Serien ist es halt sehr, sehr schwer, wenn es eigentlich extrem packt, am Ball zu bleiben. Und es war nicht so, dass ich irgendwie jemals dachte, this piece of shit, sondern es war einfach so die Situation, wo es mir, naja, wo ich einfach nicht wirklich emotional richtig involviert war, war das Problem. Bei mir war es dann tatsächlich auch so, dass mich diese kleine Angry Film Fans Reunion mehr animiert hat, das dann weiter durchzuschauen, als dann die Serie selber. Sorry. Ja, Angry Film Fans, wer weiß, vielleicht gibt es da irgendwann doch mal wieder ein Reboot, keine Ahnung. Für alle Hörer, die jetzt nicht genau wissen, was gemeint ist, wir haben ja letztes Jahr einen Cast zu den verschiedenen Batman-Darstellern gemacht im Rahmen von Angry Film Fans, was so unsere Pilot-Episode dieses eigentlichen Spin-Offs hier vom Tele-Stammtisch war. Und bis jetzt ist es dann eher so im, ja, es ist so on hold, könnte man sagen, das Projekt. Ja, ja, aber wir haben durch diverse Trash-Projekte einfach wieder Blut geleckt und was willst du unter Covid machen, also kannst du dich mal wieder so ein bisschen upragen, also das ist noch nicht vom Tisch. Keine Sorge, Leute, der Batman- und Robin-Kommentar kommt. Oh ja, genau. Aber aus Pietätsgründen erst ein bisschen später. Genau, Joe Schumacher, Erruhe in Frieden, ja, mit Bad Nippeln. Brought us so much joy. Egal, also ich kann ja kurz sagen, ich hab mir die Serie schon angesehen, ja, es klang jetzt halt nicht völlig uninteressant, sei jetzt in den Trailern auch nicht schlecht aus und ich muss sagen, auch wenn ich 13 Reasons Why beziehungsweise Tote Mädchen Lügen nicht auf der Hälfte abgebrochen habe, auch aus einer Binge-Situation heraus mit meiner damaligen Freundin, was vielleicht nicht so eine tolle Idee war, war ich doch sehr neugierig auf diese Catherine Langford, beziehungsweise da schon sehr überzeugt von Catherine Langford. Und die jetzt als Hauptdarstellerin in so einer Serie, das könnte durchaus was werden, dachte ich mir. Ich hätte auch einen Teaser gesehen auf Twitter und dachte, oh, sieht gut aus. Und ich hab jetzt erst gestern, zum Zeitpunktsaufnahme, Knives Out geguckt, wo sie ja auch mit drin ist und dachte, hey, okay. Ja, obwohl sie da wirklich eine relativ Randfigur spielt. Natürlich, klar, aber trotzdem, wo ich mir dachte, weil ich hab sie bisher noch nicht in vielen Sachen gesehen, 13 Reasons Why hab ich nicht geguckt. Man kann ja auch anmerken, Nimue wurde zuletzt von Mila Jovovich in den nicht ganz unumstrittenen Hellboy-Reboot gespielt. Ja, vergesst immer, dass die das sein soll. Den hab ich bis heute nicht geguckt, weil ich mir denke, fuck it. Also, wir können so herangehen, dass wir erst einmal sagen, wo wir denken, für wen ist diese Serie gemacht? Weil das fand ich, nach ein paar Folgen hat's irgendwie geklickt bei mir. Denn es kommt mir vor, als sei diese Serie speziell gemacht worden mit einer jüngeren weiblichen Zielgruppe im Kopf. Wir haben viele starke Frauenfiguren, keine weibliche Nacktheit, keine Vergewaltigung, Gott sei Dank. Dafür so einige attraktive junge Männer, die öfter mal sehr viel mehr Haut zeigen als irgendeine Frau. Was eben in dem Sinne komisch ist, weil ich mir denke, dass das könnte fast so eine Art von, weiß nicht, das könnte fast so etwas sein für vielleicht das etwas ältere Publikum, was dann bestimmte Dinge in dieser Art mochte. Aber das Ding ist, das ist ziemlich brutal, die Serie. Also, es gibt keine sexuelle Gewalt, aber das Blut spritzt in Massen und du kriegst in Taubtungen und all dieses Zeug, wo ich mir dann eben denke, für wen ist das denn jetzt genau? Weil irgendwie Mädchen ab 16 oder 17 können das nicht wirklich sehen. Es ist jetzt auch nicht so irgendwie morbide oder so, oder irgendwie makaber in Szene gesetzt. Es ist einfach ganz schön brutal an einigen Stellen und eben auch sehr grafisch. Also, es bleibt eigentlich nicht sonderlich viel der Fantasie überlassen. Was mein Gedanke war, nachdem ich sie abgeschlossen hatte, und das war vor etwa einer Stunde, es fällt mir schwer zu glauben, dass diese Netflix-Serie ja auf einem Roman basiert. Oder beziehungsweise, dass es erst den Roman gab und dann die Serie oder beides gleichzeitig. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, wie eigentlich House of Cards entstanden ist. Nee. Weil diese Serie ist eigentlich durch den Algorithmus entstanden. Der Algorithmus hat einfach nur ausgespuckt bei Netflix, die Leute sehen gern Kevin Spacey und politisches Drama. Das war eigentlich alles. So ist House of Cards entstanden. Und so wirkt Cursed auf mich, als würde man alles, was gerade so ein bisschen en vogue ist, zusammenrühren. Oh mein Gott, du hast recht. Da ist wirklich alles drin. Du hast ein bisschen Game of Thrones drin, du hast ein bisschen Herr der Ringe drin. Dann hat es noch so Überbleibsel, keine Ahnung, Netflix nimmt da noch so den Hype, mit dem jetzt Witcher wieder angestoßen hat, beziehungsweise aufgefangen hat von Game of Thrones. Du hast starke Frauenrollen. Also man muss ja sagen, also Catherine Langford's Rolle hat auch durchaus so einen gewissen Katniss Everdeen-Vibe. Ja. Auch wenn sie ein bisschen aussieht wie Sansa, egal. Und dann natürlich auch so eines der Vorzeigemerkmale von Netflix, Diversity bis zum Umfallen. Ja. Was für mich hier durchaus ein Problem war, aber da gehen wir dann später drauf ein. Für mich wirkte das tatsächlich so durch diesen neuen zweiten Frühling von Community, dass es dann wirklich auf einmal so eine durchgewürfelte, ethnisch korrekte Truppe ist. Ja. Ethnisch überkorrekte, würde ich schon sagen. Weil ich finde nämlich, ja, die Besetzung ist außerordentlich vielfältig und sehr oft ist Fantasy leider immer noch irgendwie ein von Weißen dominiertes Genre. Was natürlich mit daran liegt, dass viele klassische Fantasy-Geschichten in Europa und Historie verwurzelt sind und all dem. Ja. Und hier nehmen sie zwar Namen und gewissermaßen auch Orte aus der Artussage, aber machen ganz eindeutig ihr eigenes Ding damit. Das ist in erster Linie Fantasy, fand ich. Und ich finde es ehrlich gesagt cool, dass sie hier viele schwarze Schauspieler sowohl bei dem Fae-Volk als auch bei den einfachen Bürgern und auch Adligen und so weiter besetzt haben. Und das wird nie kommentiert. Es gehört einfach auf natürliche Weise zu dieser Welt. Und ich sehe da absolut nichts Falsches dran. Das einzig Komische ist eben, dass sich diese Elemente von Arthus und britischer Folklore und so weiter nimmt und damit ein klein bisschen verwirrt. Aber wenn man sich denkt, ach, sind halt nur die Namen und so weiter und abseits davon sieht man es halt etwas Eigenes. Wo ist das Problem? Die Serie will nicht historisch sein. Das ist ganz klar Fantasy. Aber sie hat durchaus historische Anleihen und ich finde es sehr irritierend, dass selbst bei der Kirche, selbst bei den Paladinen schwarze Schauspieler dabei sind. Und zwar nicht gerade wenige. Und das wirkt einfach befremdlich, weil es macht überhaupt keinen Sinn, warum die da irgendwie ... Also, ich verstehe schon, was du meins lasse, aber ich habe die Serie eigentlich nie hundertprozentig als Fantasy ... Also, klar, ich würde sagen, es ist eine Mittelalter-Serie mit Fantasy-Einflüssen. Aber es ist nicht ganz und gar eine Fantasy-Serie. Dafür ist es zu sehr an die klassische Arthus-Saga angelehnt, die ja wiederum auch ... Die hat ja auch Fantasy-Elemente, ne? Aber die ist ja trotzdem an tatsächliche Gegebenheiten im europäischen Mittelalter beziehungsweise der Spätantike angelehnt. Spätantike, weil, wie man ja zum Beispiel auch in einem King-Arthur-Film von Jerry Bruckheimer sieht, beziehungsweise von Anton Fouca, den ich nie gesehen habe, ironischerweise ... Der ist toll übrigens. Der macht Spaß. Da hast du jetzt echt nicht viel verpasst. Ich finde den toll. Da tauchen ja auch Römer auf. Angel, Sachsen, Pikten. Und das ist alles tatsächlich schon irgendwie historisch verbürgt. Und deshalb finde ich es ja einigermaßen hanebüchen, dass wir hier bei der katholischen Kirche, die ja alles, was anders ist, konsequent auslöschen möchte und dann in ihren eigenen Reihen einen Haufen Afro-Amerikaner hat oder halt, ja, afrikanisch-stimmige schwarze Schauspieler, die eigentlich gar nicht da sein können. Also hätte man das jetzt komplett in die Gegenwart transportiert, dann wäre das was anderes gewesen. Aber so wirkt das wahnsinnig aufgesetzt, finde ich. Ich fand's, wie gesagt, nicht wirklich aufgesetzt. Ich fand's halt nur in dem Sinne ein bisschen verwirrend wegen den historischen Sachen, weil ich mein, sie erwähnen Britannien, sie erwähnen Rom, Papst, all dieses Zeug. Also das ist das Ding aus unserer echten Welt. Aber ich hab das einfach versucht auszublenden und dann so gesehen einfach nur als diese reine Fantasy-Shop. Und dann hatte ich damit kein Problem. Ein Problem hatte ich allerdings. Wir haben hier auch einige asiatische Schauspieler. Ja. Und die gehören anscheinend alle zu einem Echsen-Schlangen-Volk, haben also grünes Schuppen-Make-up und sprechen nicht. Und da dachte ich mir halt, ey. Ja, stimmt. Ja, das ist halt, da merkst du halt, das ist auch die Netflix-Formel, die wollen halt irgendwie alle Zielgruppen irgendwie bedienen und abholen. Das ist so, dahingehend ist die Serie ja auch so, das ist eigentlich, also ohne Scheiß, die Serie ist förmlich designt für Netflix, hab ich das Gefühl. Pff, in gewissem Sinne. Aber ja, das mit diesen asiatischen Schauspielern fand ich ein bisschen irgendwie problematisch. Wo ich mir dachte, ihr habt hier dieses offene halt, dieses wunderbar durchmischte auf beiden Seiten, das wird nicht kommentiert. Aber die einzigen asiatischen Schauspieler, die du siehst, haben dieses Schuppen-Make-up. Da denke ich, irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Wir müssten aber, glaube ich, jetzt erst mal so, weil wir sind jetzt direkt mit der Diversity-Diskussion ja eingestiegen. Ja, aber ich finde, das ist eingestiegen. Die muss man vielleicht ein bisschen auch später vertangen. Also wir können ja erst mal zur Hauptfigur kommen. Ja. Gespielt eben von Catherine Langford. Ja, also man muss sagen, die erste Folge tut der Serie schon kein Gefallen. Überhaupt nicht. Weil, also, sie wird durchaus ganz solide eingeführt. Und, wo man sich aber sehr schwer dran gewöhnt, ist so die ganze Präsentation des Ganzen. Ja. Also das erinnerte mich teilweise schon an Ridley Scotts Legende, wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, in diesem Wald mit diesem Felslabyrinth hatte ich so ein bisschen diesen Legend-Vibe, ja. Ja, es ist nicht nur das. Die erste Folge, die wirkt halt wirklich arg trashig. Nach der ersten Folge hatten wir tatsächlich alle gar nicht mal so groß Bock weiterzuschauen, weil das so ausgegoren war. Die Beleuchtung, die war unterirdisch. Ach, Mann. Mein erster Eindruck war, Witcher meets Xena Warrior Princess. Ja, 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 so ein bisschen. Ja. Also, man muss sagen, also, die Serie sieht nicht direkt schlecht aus. Also, die dürfte schon ein bisschen was gekostet haben. Mir ist nichts aufgefallen wegen schlechtes CGI oder so. Das ist alles ziemlich hochwertig produziert. Äh, die Wölfe. Die Wölfe in der ersten Folge. Nee, ich fand das jetzt nicht wirklich so, oh Gott, dass mich das rausgerissen hat. Das ist halt eindeutig sterilisiert. Aber ich dachte mir ... Sterilisiert. Aber ich dachte mir, nö, das reißt jetzt auch nicht raus. Das ist besser als einiges von Effekten, was man dann in Witcher sieht oder so was. Das fand ich okay. Also, bei Witcher war für mich das Problem, die sah dreckig und clean zugleich aus für mich. Und hier ist es jetzt so, die Serie sieht an für sich oder könnte an für sich sehr viel besser aussehen, wenn sie eine bessere Beleuchtung hätte. Also, in den Nachtszenen und so, da geht's. Da kommt auch teilweise richtig Stimmung und durchaus Atmosphäre auf. Aber die hellen Szenen gehen gar nicht. Vor allem in den ersten Folgen. Das ist so ... Das wirkt alles so porentief rein, ausgeleuchtet. Und das Licht ist immer ebenerdig. Das funktioniert nicht. Und dadurch sieht diese Serie günstiger und, ja, trashiger aus, als sie sein müssen. Ja, es hatte so ein bisschen was, diesen neueren Robin-Hood-Vibe, den mit Taron Edgerton. Ja, genau. Da hat mich das teilweise dran erinnert. Ja, oh Gott. Danke, ich hatte ihn ein bisschen verdrängt. Ja, ja, damit kann man das durchaus vergleichen, ne? Ich weiß ja nicht genau, woran es liegt, denn teilweise einige Szenen sehen durchaus stimmungsvoller als andere. Und auch von Folge zu Folge variiert das ein bisschen, wo ich mir dachte, vielleicht ist das ein Regie-Ding. Könnte gut sein. Ja, das dachte ich mir auch. Da zitiere ich grad mal Lasse. Das ist wie bei Super Mario Brothers oder bei Batman und Robin. Es sieht teuer und billig gleichzeitig aus. Ja. Das ist das Problem an der Serie. Och, nee, das würde ich jetzt nicht sagen, weil ... Das Ding ist auch, es hat irgendwie zu viel Gleichförmigkeit. Was mir zum Beispiel extrem sauer aufgestoßen ist, ist der Look der Paladine. Weil es gibt unfassbar viele Paladine in diesem Film. Und es sind einfach nur rote Mönchskutten und jeder hat eine Waffe, sonst nichts. Keine Kettenhemden oder andere Rüstung, keine Helme oder sonst was. Das sieht dämlich aus. Sie kommen nie als richtige Bedrohung rüber auf diese Weise, sondern einfach als diese fanatischen Arschlöcher, die sie sind. Und einmal sieht man, oder ein paar Mal, man sieht dann diese Wachen vom Papst, diese Typen in schwarzem Rohr mit Goldmasken, denke ich mir, das war cool. Warum nicht mehr in dieser Art? Ja, die hatten richtig 300-Vibes so ein bisschen. Ja, ja. Aber das dachte ich, das ist wenigstens etwas ... Nee, aber die anderen Paladine, das waren eigentlich rote Stormtrooper. Oh Gott, ja. Wo ich mir dachte, wie zur Hölle konnte überhaupt irgendjemand dem, weil die ... Das sind wirklich Stormtrooper hier in dieser Serie. Die werden weggemäht wie nix. Vor allem, die sind nicht gepanzert, gar nix. Ja, das meine ich, das meine ich. Ja, da denkt man sich schon, warum verbreiten die so Schrecken, wenn sie einfach nur Kutten tragen und Schwerter. Das ist ein bisschen ... Ja gut, ich meine, sie sind dann auch manchmal auf Pferden oder so, aber so richtig militarisiert sind die nicht. Das erinnerte mich so ein bisschen auch, wobei die waren halt eher innerhalb der Stadtmauern. Bei Game of Thrones gab's doch diese Spatzen. Ja, ja. So ähnlich muss man sich die Paladiner eigentlich auch vorstellen. Oh, aber ... Nee, bei den Paladinen, der Einzige, der da halbwegs bedrohlich wirkt, ist halt Peter Mullen als der Anführer. Der hat wirklich ein Charisma und du gehst mit denen wieder mit. Aber es ist so ein Arschloch. Es ist so ein Riesenarschloch. Ja, wobei, ich fand's dann auch cool, dass der ... Also, der ist zwar schon irgendwie ... Ja, er ist schon irgendwo der Obermods. Aber da gibt's ja dann auch Szenen, wo er dann auch mal irgendwie in die Schranken gewiesen wird, ordentlich, ne, von seinen Vorgesetzten wiederum. Da können wir dann vielleicht im tieferen Spoiler-Teil noch ein bisschen drüber reden. Das fand ich nämlich eine sehr starke Szene. Oh ja. Ja, wen haben wir denn noch? Wir haben, ja, aus Vikings importiert. Weil die Serie hat halt auch noch Wikinger-Elemente, die müssen auch noch mit rein. Oh ja. Aus Vikings importiert Gustavs Garsgort. Oder auch aus Game of Thrones importiert. Nee, wieso aus ... Nee, aus Game of Thrones ist es ... Äh, Westworld, sorry. Genau. Ja, ja, Peter Mullen und Scorsgaard, die sind beide aus Westworld. Wegen beiden hatte ich anfangs tatsächlich noch gehofft, dass sich das als Spin-Off zu Westworld entpuppt von wegen Medieval World, was hier angeteasert wurde. Nice, nice. Let the Fan-Fictions begin. Ja, Gustavs Garsgort spielt, ja, Merlin. Und wenn man jetzt so Gustavs Garsgort so vom Aussehen her kennt, dann fragt man sich halt schon, ja, das soll Merlin sein. Aber wirklich, ich fand sein Take von Merlin extrem interessant und unterhaltsam. Er ist mit einer der stärksten Schauspieler hier, obwohl ich fand, dass niemand wirklich einen schlechten Job gemacht hat. Aber er ist wirklich interessante Charakterisierung und gut gespielt. Er hat einen Arc innerhalb der Serie, wo ich mir dachte, nö, das mag ich, diese Interpretation. Eine ganz andere Interpretation, als was man sonst so kennt. Vor allem, er sorgte halt wirklich für die Auflockerung, obwohl er sich die meiste Zeit halt irgendwie durch Jack Sparrow hat. Durch die Handlung. Ein bisschen. Manchmal hat man so diesen leichten Wald, ja. Also eins muss man sagen, die Rolle ist nicht in den üblichen Merlin-Klischees gefangen. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, nee. Davon ist sie regelrecht entschlackt. Das fühlt sich schon irgendwie ein bisschen frisch an. Irgendwie dreht sich die Figur aber auch so ein bisschen im Kreis für mich im Verlaufe. Ich sehe, was du meinst. Ja, und er wird auch ein bisschen sehr, also vor allem in den ersten Episoden wird er sehr darauf reduziert, dass er auf Deutsch gesagt ein Säufer ist. Are you drunk? Ich habe geschrieben, in den ersten fünf Folgen wird er dauernd gefragt, sag mal, bist du jetzt wieder besoffen? Ja. Dann haben wir noch, in Anlehnung an die ursprüngliche Sage, schließe ich das dann direkt an. Dann haben wir noch Arthur, gespielt von Devin Terrell, den ich jetzt nicht kannte. Ich hatte nur gelesen, dass der in der Atlanta-Serie, oder nee, nee, Quatsch, nicht in der Atlanta-Serie, dass der zuletzt irgendwie, genau in Barry war der zuletzt drin. Oh, okay. Ach, daher kenne ich den. Na, cool. Ich fand, der sah ein bisschen aus, ich fand, der sah aus wie ein extrem junger Dwayne Johnson, ein kleines bisschen. Nee, 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 Quatsch. Ich habe mich jetzt vertan. Der hat in einem Netflix-Biopic, hat der Barack Obama gespielt. Oh. Oh, interessante und keine schlechte Wahl, muss ich sagen. Keine schlechte Wahl. Ja, da fängt es halt schon wieder an mit Diversität, sage ich mal. Wobei ich den Schauspieler an sich wirklich nicht schlecht fand. Und der entwickelt auch über den Verlauf eine schöne Chemie durchaus mit Catherine Langford. Äh, das wirkte für mich wie Behauptung. Und ich mochte seine, nicht, dass er schlecht gespielt hat, aber ich mochte seine Rolle nicht. Sie machen hier was ganz anderes. Und von wegen so, oh, das ist nicht mein Arthus. Ich kann mit Arthus machen, was ihr wollt. Den gab es eh nicht, wie auch immer. Aber die Art und Weise, wie sein Charakter eben ist und was er tut, wo ich mir dachte, er wurde für mich nie zu Sympathieträger. Der wirkt auf mich extrem selbstbezogen. Und teilweise auch extrem weinerlich. Irgendwann kommt es zu diesem Ausbruch, I never had any moment of honor. Da hatte ich so diese I will be the most powerful Jedi ever Flashbacks. Ja, ja, ja. Ja, und auch so bei einigen Nebenfiguren auch, ne? Wobei das Interessante finde ich, dass viele der Nebenfiguren irgendwie deutlich ambivalenter gestaltet sind als die Hauptfiguren. Also man muss jetzt vorschicken, also das rechne ich der Serie an, die ist durchaus ambivalent in ihrer Figurenzeichnung. Keine Figur ist jetzt so wirklich so der strahlende, äh, typische Held. Auch die Hauptfigur nicht. Gerade die, die entwickelt sehr eigene Züge im Verlauf des Ganzen, um das mal so zu sagen. Genau. Sie hat Probleme, sie hat Struggles, sie ist mehrdimensional, ganz eindeutig. Ich finde, sie macht nun auch einen wirklich soliden Job, Catherine Langford. Sie ist eine sympathische Hauptfigur. Wir fiebern mit ihr mit und verstehen ihre Probleme und all das. Und sie behauptet sich da ziemlich gut. Also, sie hat auch das Charisma durchaus, um die Hauptrolle zu tragen. Bringt das alles gut mit, ja. Und wirkt nicht lächerlich mit ihrem Schwert oder so. Also ich finde, die machen das alles sehr gut. Ja, also sie, also ich weiß nicht, ich fand sie eigentlich stets glaubwürdig, bis auf die Szenen, wo sie so ein bisschen switcht, sage ich mal, von der Emotion. Ja, vor allem muss man sagen, also so von 13 Reasons Why aus kann man schon verstehen, warum sie hier gecastet wurde. Weil ihre Figur ist gar nicht mal so unähnlich. Weil die ist nämlich in ihrem eigenen Volk oder unter ihrem eigenen Volk ist sie am Anfang auch so ein bisschen so ein kleines Mobbing-Opfer. Und eine Außenseiterin, die im wenig so wirklich ihren Platz in der Welt findet. Und ja, da muss man sagen, da spielt sie ihren Rollentypus aus Tote Mädchen Lügen nicht einfach ein Stück weit weiter, aber durchaus souverän. Also nichts herausragendes, was sie jetzt hier liefert. Aber sie ist durchweg solide und überzeugt eigentlich. Ja, fand ich auch, absolut. Und da stimme ich dann doch mal zu, sobald sie aus 13 Reasons Why so ein bisschen weg war, wurde die Serie auch unglaublich schwach. Also sie war irgendwie ... Ja. Ja, das hängt halt damit zusammen, dass die Serie eigentlich nach Staffel 1 hätte enden müssen, weil die Vorlage dadurch war. Aber gut, das ist hier kein 13 Reasons Why-Cast. Zum Glück nicht. Ja, ich hab sie auf der Hälfte abgebrochen. Wie gesagt, die hat mich aber doch sehr beeindruckt. Also die hat ja nicht umsonst, die hat für 13 Reasons Why-Cast-i-ne-Golden-Globe-Nominierung erhalten. Und die ist ja, glaub ich, sogar fast noch eine komplette Newcomerin. Also die hat noch gar nicht viel in ihrer Vita gehabt vor der Serie. Im Vergleich ist ja so unbeschrieben, ja. Ja, in Love, Simon war sie dann noch irgendwie drin? Ja, ja, stimmt. Oh, stimmt, ja, ja, ja. Und dann hat eben halt eben Knives Out, wo man sich denkt, es war ein extrem beliebter Film. Und sie hat ... Ja, aber bei Knives Out, da war sie echt so ein kleiner Schatten. Da war sie halt drin. Trotzdem, fand ich. Ja, na klar. Es ist halt ein Ensemble-Film gewesen. Hier bei 13 Reasons war eben der Fokus auf ihr, genauso wie jetzt auch hier. Wobei man sagen muss, es gibt halt schon, und da stoßen wir schon so auf eines meiner Probleme mit der Serie, es gibt unglaublich viele Figuren und unglaublich viel Plot. Also, das, was ich gerade beschrieben habe, dass sie halt das Schwert zu Merlin bringen muss, das ist eigentlich nur so die Ausgangsprämisse. Und drumherum ist so unglaublich viel. Das Problem ist allerdings, dass die Serie auch so ein bisschen, glaube ich, viel Inhalt mit Komplexität verwechselt. Weil an für sich ist die gar nicht sonderlich komplex. Aber die verliert sich auch teilweise sehr in allen möglichen Nebenhandlungen und Figuren. Und manche davon hätte ich absolut nicht gebraucht. Und da kann ich jetzt schon mal für mich so schauspielerisch auch ein deutlich schwächeres Glied in der Kette ihrer Freundin, die zwischendurch von ihr getrennt ist und einen wahnsinnig langweiligen Nebenplot hat. Der an für sich nicht langweilig sein müsste, aber die Figur ist einfach elendigst langweilig. Diese Lily Newmark, die halt ihre, was auch immer, Sandkastenfreundin Pym spielt, die, glaube ich, selber keine Fae ist und dann im Verlauf der Handlung von ihr getrennt wird. Und halt, weiß nicht, also die ist schauspielerisch sehr, sehr limitiert. Also hatte ich gerade schon im Vorgespräch zu euch gemeint, die guckt halt immer mit einem Gesichtsausdruck, als wäre sie einfach ein menschlich gewordener Anime-Charakter. Also mit weit aufgerissenen Augen, die über jede Scheiße staunen. Und, oh Gott, das hat mich so genervt. Ich hatte nicht wirklich ein Problem mit der Performance, ich hatte ein Problem mit der Figur. Ja, das ... Weil nämlich sie wird von ihr getrennt in der ersten Folge, dann sehen wir sie ewig nicht. Und dann plötzlich taucht sie ohne jede Erklärung in dieser Stadt auf. Wo ich mir denke, wie zum Fuck, wie bist du hinkommen? Ja. Wo ich dachte, hab ich irgendwas verpasst? Und dann lässt sie sich einfach nur herumschubsen und behauptet Dinge, die sie extrem in die Scheiße reiten könnte. Wo ich mir denke, wie wurdest du nicht schon eine Million Mal getötet? Von Leuten, die die Geduld mit dir verlieren. Aber das bringt mich eben zu einem Punkt, wo ich nämlich dachte, ab und zu gibt es da plötzlich diese, diese Tonal-Shifts, wo es dann plötzlich irgendwie witzig wird. Nee, ähm, wir können ja sagen, es sind mehr Parteien drin, als es am Anfang den Anschein hat. Ja. Und auch übernatürliche Einflüsse greifen da irgendwie mit in die Story ein, weil sie ja irgendwie das Schicksal so deichseln müssen, wie es dann am Schluss kommt. Und es wird dann, ich sag's mal so, in bester Star Wars Episode 1 bis 3 Manier auch immer wieder angeteast, was aus ihr wird. Weil Nemui ist ja eigentlich eine Wasserhexe, die dafür sorgt, dass Excalibur irgendwie gesichert werden muss. Und auch da gibt's so ein gewisses Foreshadowing, dass dann mal mehr, mal weniger gut gemacht wird. Ja. Ja. Also man muss sagen, so von den Fronten wirkt das am Anfang alles sehr einfach. Also wenn man die erste Folge guckt, dann denkt man sich, oh ja, da sind die guten Fae mit Magie und die bösen Paladine, die sie töten wollen. Und dann kommen aber gelinde gesagt immer mehr Parteien dazu. Ja. Also so überladen hab ich, ich weiß nicht, ich hab vor einiger Zeit noch mal irgendwie Prinzessin Mononoke gesehen und hat festgestellt, also ich liebe den Film absolut, aber der ist eigentlich auch überladen mit Parteien. Der ist ein bisschen verschwurbelt. Und in diesem Fall ist das ähnlich, weil sie wollen halt alle, das haben wir jetzt gar nicht so herausgestellt, das, worum alles in der Serie kreist, beziehungsweise der McGuffin schlechthin, der auch so ein bisschen so ein Vibe vom einen Ring in der Herr der Ringe hat, ist halt dieses Schwert, was sie von ihrer Mutter bekommt und dann Merlin überbringen soll. Und alle wollen dieses verkackte Schwert haben. Und ist es Excalibur? Keine Ahnung. Es wird eigentlich nie wirklich gesagt. Wir können doch davon ausgehen, dass es Excalibur ist. Ja. Es ist Excalibur nur ohne Namen. Sie nennen es ja, die Mönche nennen es ja The Devil's Tooth, wo ich mir dachte, das ist ein ziemlich cooler Name für ein Schwert. Ich muss aber noch mal auf die Inszenierung zurückkommen. Da ist mir nämlich, da hatte ich schon in der ersten Folge so einen wirklich seltsamen Moment, weil da ist dann ja diese Szene, wo ihr Dorf zerstört wird von den Paladinen. Und da haben wir eine relativ lange Plansequenz. Oh ja, ja. Die echt ganz nett war. Ziemlich lang Long-Tag, ja. Da dachte ich mir so, ja, gut, so langsam spielt jetzt mal ein bisschen mit den Muskeln. So, zeig mal, was so geht. Ich meine, Plansequenzen sind jetzt im Fernsehen auch mittlerweile nichts Neues mehr. Aber dachte ich mir so, ach ja, handwerklich ist es gar nicht mal so schlecht jetzt. Sehr viele Elemente, die da sind. Und das wirkte für mich auch nicht immer irgendwie überdigitalisiert und enhanced, wie es dann bei Game of Thrones natürlich teilweise der Fall war, wo sie keine andere Wahl hatten bei diesen verrückten Stunts. Aber hier schien mir wirklich alles echt zu sein. Ja, es war auch durchaus, also fühlte sich haptisch an, das stimmt schon. Es fühlte sich authentisch an. Genau, aber dann ist hier ein so dämlicher inszenatorischer Patzer gewesen. Oh, was denn? Auf den ich vielleicht dann gleich noch zu sprechen komme. Aber der hat mich tatsächlich echt rausgerissen. Oh, da bin ich gespannt, was du meinst. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Also diese Serie ist gelinde gesagt überladen. Kann man nicht anders sagen. Also wir haben gefühlte zehn Parteien, die an dem Schwert interessiert sind im Verlauf der zehn Episode. Man könnte sagen, passend zur Episodenanzahl, in jeder Folge kommt gefühlt eine neue Partei hinzu. Und es bleibt ja nicht bei dieser Parteienkonstellation. Dann intrigieren diese Parteien untereinander, verbünden sich dann doch wieder und zertrennen sich und intrigieren dann auch noch irgendwie anderweitiger. Also da denkst du, ja, okay, ihr habt jetzt zu viel Game of Thrones geschaut. Das braucht ihr hier jetzt nicht. Das Ding des Alters, wie wir das so erzählen, hört sich das so ein bisschen interessanter und dramatischer an, als es eigentlich ist leider. Ja, ja, das Problem ist leider auch, dass keiner von denen, also weiß ich nicht, wir können das ja mal Revue passieren lassen. Also es gibt den König des eigentlichen Landes, Uther, der ist tatsächlich noch irgendwie angelehnt an die eigentliche Sage. Merlin ist am Anfang unter dessen Fittichen, wie es tatsächlich auch in der, in der Anführungsstrichen Vorlage ist oder jetzt auch in dem Buch wahrscheinlich. Dann haben wir, Gott, jetzt helft mir mal, wen haben wir denn noch? Diesen komischen Wikinger-König. Dann haben wir natürlich noch die Roten Paladine. Genau. Die so, ja, die sind schon irgendwie der Hauptgegner, kann man sagen, beziehungsweise eigentlich die Kirche. Ja, aber dann haben wir dann noch diese goldenen Typen, die dann natürlich über diesen Roten Paladin stehen. Die gehören halt zum Papst direkt. Das ist die Papstwache. Genau. Aber die sind halt wirklich das Upgrade von denen. Ja, ja, genau. Aber die haben halt auch so ein bisschen noch was Eigenes. Ja, die sehen aus wie aus 300 importiert. Also die erinnerten richtig an die Perser, ironischerweise. An die Unsterblichen. Ja, genau. Wir stellen ihren Namen auf die Probe. Ja. Dann haben wir noch diesen Todesgott, der immer mal wieder nach Nemo ihr sucht. Ja, oh Gott, man kann das echt schwer bändigen. Wir haben noch eine bestimmte Figur, die sich dann von ihrem ursprünglichen Pfad abwendet und quasi so die Ränge hoch will und dafür alles tun möchte, aus total selbstsüchtigen Gründen. Was auch eine fürchterlich eindimensionale und sehr hasserfüllte Rolle war, die mir extrem gegen den Strich kommt. Ich meine, ja, solche Leute gibt's, aber diese Rolle ist halt wirklich auch der komplette Unsympath. Wobei ich die nicht uninteressant fand, die Rolle. Sie wirkt halt nur wie so ein Arya Stark-Abklatsch aus so ein bisschen. Nee, weil da hast du irgendwie noch mehr Beweggrund als einfach nur nach oben und Hass-Rassismus. Nee, mich erinnerte sie, wenn du mit diesem Game of Thrones-Vergleich kommst, eher an diese eine Person bei Game of Thrones, von der die halbe Familie abgeschlachtet wurde und die dann irgendwann dafür Rache will. Äh, ich sag nur Ygritte. Äh, wieso Ygritte? Nein, die Person, die dann am Schluss Ygritte abschießt. Ach so, ja, ja, gut, stimmt, der Junge. Ja, ja. Genau. Ja. Ah, ja, bevor wir jetzt noch mehr Game of Thrones spoilern. Ich würde vor allem eine gewisse Konstellation, da würde ich gerne den Hörern eine Frage stellen, ob auch euch, schauen wir mal, ob euch das hier bekannt vorkommt. Wir haben einen König, in gewisser Maßen, also eine Führungsperson, in diesem Fall Ufa Pendragon, einen jungen Mann mit schwarzem Haar und Bart, schwarz gekleidet, und er geht sich sehr gerne in kindischen, jammernden Schimpftiraden und er hat eine Mutter, welche auch so eine gewisse Verbindung zur Magie zu haben scheint, und sie lebt isoliert von anderen im Schloss und er sucht sie immer wieder auf. Wo habt ihr das schon mal gesehen? Ja, 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 das ist, ja, Robin Hood, König der Diebe lässt grüßen. Ja, absolut, also das ist wirklich, als hätte der Schauspieler sich Alan Rickman angeschaut und gedacht, das will ich auch machen. Wobei, wobei ich muss sagen, die Mutter fand ich eine interessante Figur. Das fand ich nicht, weil ich mochte die Figur einfach nicht. Ja gut, die Figur muss man ja nicht mögen, aber man kann sie ja trotzdem interessant finden. Oder man kann es mögen, sie zu hassen, whatever. Das Ding ist einfach, und das klingt vielleicht komisch von mir, aber ich hasse nicht gerne Leute in Medien. Ja, das erklärt, warum du Game of Thrones immer noch nicht weitergeguckt hast. Ja, das ist halt teilweise ein bisschen schwierig da. Weil bei Game of Thrones hast du ja eigentlich nur solche Figuren. Sehr viele jedenfalls. Ich meine, Sympathie auch, aber sehr viele, die noch immer da sind und die ich abgrundtief hasse, ja. Ja, aber gerade durch Game of Thrones kannst du es eigentlich sogar ... Also, ich für meinen Teil hab es ... Also, es war zwar bei mir schon immer so, aber gerade durch Game of Thrones hab ich sehr zu schätzen gelernt, wenn man Figuren hasst, aber sie trotzdem interessant findet. Mhm. Na? Also, wir haben jetzt die wichtigsten Figuren und so weiter vorgestellt. Wir haben über die Story geredet. Ich denke, aus unseren Worten war schon relativ klar, wie die Serie ist, was da passiert. Denn es geht ja sehr um die Figuren, wie es die meisten Serien tun. Mein großes Problem mit der Serie ist, dass die Serie leidet unter ungeschickten Zeitsprünge und Behauptungen. Halt irgendwann spät taucht eine Figur auf, die eine Verbindung von früher zu Nemui hat. Und davon war bisher nie die Rede. Charaktere trauern um andere, obwohl die sich nicht wirklich kennen. Und jegliche Chemie zwischen ihnen bleibt bloße Behauptung. Und andere Dinge erklären sie einfach nicht. Oder zu spät. Und einmal wird Merlin von irgendwelchen Zombies oder was weiß ich gefangen genommen und zu einem entstellten König in irgendwelchen Ruinen gebracht. Und erst in der nächsten Folge oder so wird gesagt, König der Aussätzigen, bla bla. Und ich denke, okay, mehr Kontext. Und wer ist der Fisherman? Das kann man kaum als Worldbuilding bezeichnen. Ja, das Worldbuilding ist auch, glaube ich, das große Problem. Also, ich habe zum Beispiel nie wirklich verstanden, was jetzt konkret diese Fae sind. Und das ist mir alles zu oberflächlich, zu allgemein. Einfach klischeehaft dann irgendwo auch von wegen, ja, das sind jetzt halt magische Wesen. Ja, was denn genau? Was für eine Art von Magie haben die? Was zeichnet die aus? Und bei Catherine Langford besteht das aus nicht sehr viel mehr, als dass sie irgendwelche Wurzeln ins Gesicht ges-CGi'd bekommt. Ich bekomme auch kein Gefühl für diese Welt irgendwie. Also, ich bin nicht von irgendwelchen Orten, die rede. Aber du bekommst überhaupt kein Gefühl, ja, wie weit ist das jetzt entfernt? In welche Richtung liegt das? Das kriegen sie alles nicht hin. Da merkt man auch, da schielen sie richtig auf so was wie Game of Thrones. Aber da merkt man eben auch, wie man in Sachen Worldbuilding von so was einfach verwöhnt ist. Du hast einfach, abgesehen von Herr der Ringe und vielleicht Game of Thrones, dieses Orientierungsproblem hast du in so gut wie allen Fantasy-Sachen. Ja, aber irgendwann ... Also, klar, du musst immer erst so ein bisschen reinwachsen. Das ist bei der Serie ja auch so. Aber irgendwann weißt du das dann halt. Du weißt dann zumindest bei Game of Thrones, weißt du immer, dass King's Landing im Süden liegt und Winterfell im Norden. Und hier hast du aber nie ein Gefühl dafür. Nee. Du bekommst das absolut nicht, wenn da irgendwie die Rede von ist, oh ja, die marschieren da drauf. Ja, sind noch einen halben Tagesmarsch entfernt. Ja, hm. Die waren da aber vorher an einem Ort. Das wirkt aber irgendwie anders. Ihr habt irgendwie sehr, sehr viel länger von dem einen Ort zu dem anderen gebraucht und die dann mit der Armee sind schneller. Also, ist ein bisschen komisch. Du hast nie diesen Moment, wo dann halt mal Pharah mir vor einer Karte sitzt und dann zeigt mir, wo Mordor ist. Möder. Ja, es gibt eine Kartenszene. Ach, echt? Oh, das hab ich ... Dieses Worldbuilding ist tatsächlich Behauptung. Und ich geh mal so weit. Irgendwann ab Folge 3, 4 wirkt es deutlich komplexer, als es ist. Im Prinzip ist es ein billiger Western, wo tatsächlich jeder eine Rechnung mit jedem offen hat. Ja. Aber irgendwie arbeiten sie dann doch alle zusammen, wenn's dann sein muss, um sich dann im nächsten Moment doch wieder in den Rücken zu fallen. Ach Gott. Ja, das wirkt da auch halt so ein bisschen so nach dem Motto. Also, ich weiß nicht mehr, haben diese Intrigen auch irgendwie größtenteils nicht gekriegt. Nee. Überhaupt nicht. Es ist halt ... Ja, wie gesagt, die Serie wirkt halt irgendwie halt richtig zusammengekleistert aus dem, was gerade einfach angesagt ist. Na? Ein bisschen, ja. Oder mehr als ein bisschen. Es ist eine Statistik-Serie. Was jetzt negativer klingt, als es ist, weil es ist keine wirklich schlechte Serie. Nö. Sie ist einfach nur irgendwie über weite Strecken relativ mittelmäßig. Also, die ist ... Insgesamt ist die schon ordentlich produziert. Also, gute Kostüme und Requisiten auch. Schauspieler überwiegend, grundsolide. Ja, Regie am Anfang ein bisschen sehr seltsam teilweise. Aber ansonsten eigentlich durchweg ordentlich. Aber das Ding hat irgendwie auch kein wirkliches Alleinstellungsmerkmal, weil es irgendwie alles sein möchte und gleichzeitig dann aber irgendwie nichts ist oder sehr wenig. Dem Ding fehlt eine Persönlichkeit, ganz eindeutig. Ich hatte teilweise Flashbacks zu Maleficent Mistress of Evil sogar, weil da gibt's dann ja auch das folgte Dark Fae und die haben alle Hörner. Und hier haben halt viele der Fae haben dann halt auch Hörner. Und die nennen sich ja auch Dark Fae in Maleficent. Denk ich mir, äh, das wirkt irgendwie auch so ein bisschen so ... Ja, ich hab aber irgendwie trotzdem nicht verstanden, wie diese Fae genau definiert sind. Also, manche haben Hörner, manche haben gar nichts, manche sehen aus wie ganz normale Menschen. Ich dachte einfach halt, das alte magische Volk, wie auch immer. Ja, es ist aber irgendwie, das war mir irgendwie auch zu generalisieren. Vor allem hatten die dann auch viel zu wenig Vielfalt, fand ich. Ja, weil man sieht zwei von diesen Vertretern, diese mit der grauen Haut und den Flügeln oder so. Wo ich nämlich dachte, oh, cool, nettes Design und so, aber von denen sieht man kaum was. Du hast diese seltsamen asiatischen Echsenmenschen, wie auch immer man das jetzt nennen will, aber die sieht man kaum. Die spielen nicht wirklich eine Rolle. Ansonsten, du hast größtenteils einfach nur diese Fae, die entweder exakt aussehen wie Menschen oder eben wie Menschen mit Geweih. Also fast wie Wolpertinger ohne Fell oder was auch immer. Und ich weiß nicht, es ist halt vielleicht ein bisschen, ich meine, okay, ja klar, ihr habt nicht das größte Budget der Welt, wie auch immer. Und diese Hörner sind definitiv ein Blickfang. Aber es ist trotzdem nicht ganz exakt definiert. Und ich glaube, einer sagt dann, do you really want to run from a fallen archer? Wo ich mir dachte, okay, sind das Faune dann mit den Geweih? Weil ansonsten nennen die nicht wirklich exakte ... Zum Teil haben sie die als vorne bezeichnet. Ja, genau, weil ansonsten nennen die nicht wirklich irgendwie exakte Arten oder so etwas. Und auch ansonsten, du hast da nicht irgendwie Einhörner rumlaufen oder sonstige Riesenmonster. Du hast einmal eine komische Stelle mit einem Bären, wo ich mir aber auch dachte, war das eher so etwas wie eine Vision? Oder war das jetzt ein echter Dämonenbär oder was auch immer? Das ist alles nicht ganz ausdefiniert. Ja, das ist ein großes Problem. Mich hat das tatsächlich an 300er erinnert an dieser Stelle mit dem Wolf. Ja, absolut. Es gab auch einen Merlin-Flashback, der hatte sehr klare 300-Vibes bei mir. Oh, ja. Da passt dann so ein bisschen Frank Miller durch. Wobei, man muss sagen, so viel Frank Miller steckt hier wirklich nicht drin. Gott sei Dank. Nee, ja. Also, ein Problem hat die Serie, die wirkt am Anfang seichter, als sie eigentlich ist. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das aber schon der Grund ist, dass viele, die vielleicht schon nach der ersten oder zweiten Folge abschalten. Weil man muss sagen, seicht ist sie jetzt nicht direkt. Ja, doch, die Handlung ist eigentlich relativ seicht. Aber wie sie halt erzählt wird, nicht unbedingt. Die Thematik halt auch nicht. Es ist tatsächlich halt eine, die heute noch relevant sein kann in vielerlei Hinsicht und all dem. Ja, ist ja auch sehr archaisch, die ganze Erzählung einfach auch. Ja, genau. Aber halt von wegen halt, das ist so gesehen nicht ganz uninteressant. Aber es fehlt dieser gewisse, dieser gewisse Hook trotzdem. Selbst bei so etwas, was sich echt teilweise kompliziert geguckt hat, wie bei The Witcher. Du hast da diese Figuren, wie eben Geralt of Rivia und diese ganzen anderen Leute. Halt bestimmte Figuren, wo du dann, wo du dich dranhängen kannst und die du gerne zusiehst. Und hier fehlt das eben so ein kleines bisschen. Für mich war hier tatsächlich Merlin so dieser große Sympathieträger, bei dem ich mich dann immer wieder gefreut habe, wenn der zu sehen war. Aber sonst ist es mir tatsächlich schwergefallen zu connecten. Irgendwie hat der auch nicht viel zu tun, finde ich. Nee, aber er hat zumindest zur Auflockerung gesorgt. Ja, gut. Aber weißt du, dann kann ich mir auch andere Serien ansehen. Also das, wobei, also das, irgendwie wirkt das alles so, ja, ich hab's ja jetzt schon oft gesagt, aber es wirkt halt irgendwie auch wie Stückwerk. Also vor allem das Worldbuilding wirkt einfach wie Stückwerk. Und es ist nichts, was einem jetzt irgendwie sonderlich originell vorkommt. Ich mein, es ist ja okay, wenn man jetzt sich irgendwie an Etabliertem irgendwie bedient und das dann irgendwie mit der Artussage vermischt. Das ist ja gar nicht das Problem. Aber es kommt halt nichts raus, was jetzt irgendwie dich völlig vom Hocker haut oder so. Nee. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist die Serie, also was für mich so auf der Harmenseite ist, ich mein, gut, ich hab sie jetzt relativ pö a pö hintereinander wegbinschen müssen, leider aus Zeitgründen. Was ich jetzt lieber unkommentiert lasse. Aber man muss sagen, langatmig ist die nicht. Nee, es ist schon von Anfang an ein gewisses Tempo drin und so, weil man sich sagt, ach ja, gut, jetzt möchte ich mal gerne sehen. Ab und zu gibt es sogar so ein paar Stellen, wo ich mir dachte, okay, okay, wie geht das jetzt weiter? Du hast mich für eine kleine Weile, liebe Serie. Und dann, naja, und dann kommt dann doch nicht ganz so besonders viel, was schade ist. Aber teilweise peitscht dich die Serie dann doch gut durch, weil sie kurzweiliger ist, als du es am Anfang vermutest. Ja, auf jeden Fall. Obwohl, das würde ich dann eher sagen, liegt dann eher daran, wie der Plot erzählt wird, weil der Plot selber ist eigentlich nicht sonderlich temporeich, finde ich. Apropos, wie Sachen erzählt werden, mir ist aufgefallen, wir haben ja kurz geredet über diese gezeichneten Zwischensequenzen, welche mich in der ersten Folge tierisch rausgehauen haben, aber dann irgendwann wurde es zu so einem Stilmittel, wo ich dachte, okay, das gehört dazu. Aber teilweise wirkt das so, wie wir konnten es nicht filmen. Und deshalb ist es hier zum Beispiel, kriegen wir die gesamte Backstory dieser abtrünnigen Wikinger-Tochter innerhalb von sieben Sekunden gezeichneter Zwischensequenz dann, wo sie dann zeigen, sie wendet sich ab und jetzt führt sie Krieg und dies und das. Und dann eben, oh, wir könnten euch den Krieg zwischen diesen rivalisierenden Wikingern zeigen, aber wir machen es nicht. Also zeigen sie da irgendwie eine grobe Zeichnung und dann machen sie das mit einer Soundkulisse, während Charaktere reden, wie in so einem Hörspiel. Aber bei Game of Thrones haben sie diesen Trick ja auch benutzt, zumindest in der ersten Staffel, als dann Tyrion ausgenockt wurde vor der großen Schlacht. Das stimmt, das war auch relativ clever. Das war aber, das war ja aus Budgetgründen. Ja. Ja, hier garantiert auch. Aber da haben sie es halt auch clever kaschiert. Ja, hier haben sie es einmal sehr kaschiert, als da irgendwie die Wikinger angegriffen werden und dann da irgendwie Blut im Gesicht hat oder was auch immer. Ja, ich fand den Plot ehrlich gesagt total überflüssig. Wobei, wobei da war eine ganz nette Sequenz drin, wo die halt irgend so verschiedene Leute heilt oder was von einer Schlacht und so. Genau das meine ich, da wollte ich eben hinzukommen, weil diese Stelle, wo dann halt verschiedene Wikinger geheilt werden und dann einer hat zwei Pfeile im Rücken und dann steht einer nur so davor, I've just been happening in very dark thoughts lately. Und dann tell me about it. Und ich dachte, der Scheiß war lustig, bitte mehr davon. Ja, das irgendwie nimmt die sich auch größtenteils ein bisschen zu ernst, habe ich den Eindruck, die Serie. Und dann hat man eben diese Spitzen drin, wo ich mir denke, ihr solltet da eine organisere Mischung hinkriegen, denke ich. Weil wenn es mal lustig wird, dann ist es witzig, aber das ist sehr selten. Ja, es ist, es ist, da haben wir eben aber halt auch wieder so die, die tonale Mixtur dahingehend, dass, naja, irgendwie will die alles Mögliche sein und ansprechen, die Serie, ne? Ja, weshalb mich umso mehr, weil wirklich, wenn nicht, ich hätte, glaube ich, sehr viel weniger Probleme mit dieser Serie, wenn das so ein Ab-12-Ding wäre. Aber die Tatsache, dass es so gewalttätig ist, denke ich mir, für wen genau ist das jetzt? Weil ich, ich habe den Eindruck, vielleicht bin ich nicht exakt die Zielgruppe, in dem Sinne, wie die Geschichte erzählt wird, vielleicht, wo die dann, wenn irgendwie die Serienleute denken, wir machen das für ein weibliches Publikum, dann kann das sein, dass sie das weibliche Publikum vielleicht in dem Sinne ein bisschen unterschätzen. Oder dann sagen, oh, wir gestalten das so und so, nämlich teilweise werden auch Konflikte extrem einfach gelöst, wenn zum Beispiel das Schwert einmal verloren geht und dann auf eine Art und Weise wiedergefunden wird, wo ich mir dachte, was zum Fuck. Ja. Wo ich mir denke, okay, gut, aber das denke ich mir halt eben, ist ein Fehler von den Produzenten, die dann sagen, oh, wir wollen nicht zu viel Konflikt bei bestimmten Sachen. Aber andererseits hast du dann extreme Gewalt und ziemlich eklige Dinge, teilweise so leichte Horrorspitzen, wo ich mir denke, also für wen genau ist das jetzt? Ja, und dann auch diese Zeitlupen. Also da kommt schon so ein bisschen ... Manchmal hat es tatsächlich so einen ganz leichten Zack-Snyder-Vibe-Cast. Ganz besonders am Ende der ersten Folge, wo ich dachte, das wird komplett 300. Es ist tatsächlich die Frage, wer ist die Zielgruppe für die Leute, die dann auf diese Teenie-Romanze aus sind? Da kommen dann zu viele Gewaltspitzen an. Und für die Leute, die auf 300 aus sind, die könnten sich an diesen ganzen Teenie-Romanzen stören. Aber obwohl so viel Teenie-Romanze ist da jetzt auch nicht drin. Nee, zum Glück nicht. Das köchelt eigentlich relativ auf kleiner Flamme über weite Strecken. Und wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, ich finde eigentlich, dass dieser Devin Terrell und Catherine Langford, die haben durchaus schöne Momente zusammen, finde ich. Die haben eigentlich eine schöne Chemie. Ja. Ich mochte die halt gar nicht zusammen, weil ich mir denke, du verdienst so viel besseres Mädchen. Dich etwa oder was? Ja, call me. Catherine, call me. Wobei, liegt das eigentlich daran, dass er irgendwie so groß ist? Weil die wirkt irgendwie immer so klein. Oder ist die einfach nicht so groß, Catherine Langford? Vielleicht, gut möglich. Ich habe leider nicht darauf geachtet bei Knives Out, wie sie da auch im Vergleich zu anderen Darstellern wirkt. Aber wer weiß. Aber weiß nicht, ich mochte halt so ihre Entwicklung, wie sie dann so diesen gewissen Kriegerprinzessinnen-Look und so dann hat. Und so denke ich mir, nee, steht ihr gut, das macht sie gut. Aber ich fand halt wirklich halt, sie verdient wirklich einen besseren als diese Interpretation von Arthur. Cellsort, der den schlimmsten Baden-Song vorträgt, den ich jemals irgendwo gehört habe. Oh Gott, ja. Vielleicht sind wir verwöhnt durch Joey Beatty und seine wundervollen Witcher-Songs. Aber ich dachte mir wirklich, ich erkenne keine Melodie, ich erkenne keinen Rhythmus. Und dann kommentiert Nemo ja auch noch, dass das schlecht ist. Hm. Aber das fand ich so herrlich mieser eigentlich. Ja. Zur Musik vielleicht noch. Oh ja. Ich muss sagen, das Intro ist ganz nett eigentlich. Auch mit diesen Frank-Miller-Panels kann man schon fast sagen. Wirkt es sogar teilweise wie von ... Mike Mignola hat das auch so leichte Vibes von, fand ich, das mit den Zeichnungen. Ja. Ja, ja. Ja, sehr grob einfach. Wobei, es hatte schon irgendwo was. Die Intro-Musik ist ganz okay. Also von diesem Jeff Russo, oder wie der heißt, ist ganz okay. Die Musik in der Serie ist über weite Strecken eigentlich ziemlich generisch, fand ich. Es ist halt ... Ich fand halt, Musik ist okay. Jeff Russo ist so einer, der immer solide Arbeit im Rahmen des Geforderten abliefert, aber nicht wirklich was Eigenes mit einzubringen scheint. Ja. Er ist ein ziemliches Chameleon. Der macht die neueren Star Trek-Sachen zum Beispiel. Ich glaub, der macht Umbrella Academy. Der macht auch die Fargo-Serie, wo's auch ein bisschen cool klingt. Teilweise erinnert es von Instrumentierung her und mit dem Gesang ein bisschen an The Witcher. Aber na ja. In der ersten Folge, ja, kriegen wir dann eben ... Werden wir dann mit dem schlimmsten Baden-Song seit Rupertix gefoltert. Aber ich weiß nicht, ob ... Aber ich weiß nicht, ob das auf seinen Mist gewachsen ist. Ansonsten, ja, Musik ist funktional. Gibt ein paar schicke Stellen hier und da. Aber halt, dem fehlt absolut die Persönlichkeit von Bellosovas und Austin Ellis' Witcher-Score. Ja, das ist vielleicht auch so das Schlagwort, ne? Mangelnde Persönlichkeit. Oh, geil. Wobei, also, man kann diese ... Vielleicht klingt das jetzt ja alles viel schlechter, als es ist, weil die sehen es eigentlich ... Die ist okay. Die kann man sich ansehen. Ich würde auch nicht sagen, dass die nur ... Ja, sie zieht schon irgendwie auf ein gewisses weibliches Publikum. Ich finde aber nicht, dass man jetzt irgendwie das Gefühl hat, dass man sich jetzt irgendwie charmt oder so was ansieht hier. Nein. Das losreichend ist es nicht. Dafür verhält sich auch die Hauptfigur nicht girly-like genug. Also, am Anfang ist das schon irgendwie schlimm, wenn die dann irgendwie da mit Pim da irgendwie so Mädchengespräche oder so hat. Da dachte ich mir auch so ... Aber, und deshalb war das dann vielleicht auch ganz gut, dass diese Pim-Figur eigentlich die ganze Zeit zum Nichtstun verurtert war dann später. Oder auf jeden Fall nicht Teil der Haupthandlung war, warum auch immer. Sie ist irgendwie dann da, aber sie könnte genauso gut nicht da sein. Ja, die ... Die hat mich einfach so genervt, weil die einfach so ein quirkiges Schauspiel teilweise irgendwie an den Tag legt, was aber irgendwie überhaupt nicht in diese Welt passen will. Keine Ahnung, was sie vorher gemacht hat, aber es passt einfach überhaupt nicht. Das Ding ist halt ... Wir haben ja über viele, viele Aspekte der Serie geredet, ohne groß auf Spoiler einzugehen, was wir auch nicht wirklich müssen, meiner Meinung nach. Weil das Ding ist halt einfach ... Wir haben natürlich noch gar keine Stimmen von irgendwie im Sonst, weil wir eben die Serie netterweise so exklusiv gucken konnten. Und deshalb hab ich halt keine Ahnung, wie das ankommen wird. Ich hab auf jeden Fall Marketing mitgekriegt. Also, es wird definitiv Leute geben, die sich das irgendwie ansehen. Es fragt sich, für wie lange. Und inwiefern das dann auch weitergemacht wird. Wo ich mir halt nämlich dachte, vielleicht mit dem richtigen ... Vielleicht könntet ihr das sogar hinkriegen, das wird nur so ein Zehn-Folgen-Ding und dann. Aber ganz offensichtlich, am Schluss wird klar, nö. Wo ich mir dachte, ach, das ist scheiße. Aber wo ich mir halt denke, ich weiß nicht, im Prinzip wirkt das ja fast wie so eine Art von Prequel-Serie fast schon, wenn da eben dann nicht dieser große Fantasy-Aspekt unter all dem wäre. Ich würde halt tatsächlich sagen, wenn ihr sonst nichts mehr groß anzumerken habt, würde ich gerne mal zu einem insgesamten Fazit kommen von uns allen, wenn es da keine Widerspruch gibt. Okay. Ja. Dann würde ich doch erst mal sagen, Patrick, fang doch bitte mal an. Was ist dann jetzt deine Overall-Meinung zu Cursed? Ich war jetzt nach der ersten Folge komplett ernüchtert. Aber dann im Verlauf der Serie hat es mir dann doch mehr Spaß gemacht, als ich am Anfang vermutet habe. Aber es ist halt teilweise echt ein bisschen unausgegoren und ohne Persönlichkeit, obwohl die Darsteller, zumindest die meisten, wirklich solide sind oder glaubwürdig. Aber man macht halt leider nicht viel aus denen. Teilweise ist die Beleuchtung schlecht, teilweise ist da so ein bisschen Trash und teilweise ist die Handlung komplexer oder die Figurenkonstellation, als sie es sein sollte. Aber ich finde die Serie durchaus solide. Und wer jetzt nicht großartig mit dem mehrligen Kosmos da vertraut ist, kann sich das auch gern ansehen, wer damit komplett überfrachtet ist, weil er jetzt nicht wirklich selten adaptiert wurde. Hm. Die ersten zwei Folgen schauen und für sich entscheiden, ob das was für einen ist. Ja. Aber ich fand's halt wirklich durchaus solide und spaßig. Also, ich geb dem Ganzen solide drei von fünf Schwertern. Okay, dann, ähm, das ist ganz cool. Dann würd ich mal Dom das Schlusswort geben, weil ich kann mich da eigentlich ganz gut anschließen. Mir kommt es so ein bisschen vor wie, ähm, wenn es gewisse Leute gibt, die Game of Thrones geguckt haben, aber extreme Probleme hatten mit der ... mit bestimmten Frauen- und Sex-Aspekten da. Und die dann ein bisschen mehr Magie drin haben wollen. Dann würd ich sagen, diese Serie ist da vielleicht ein Ersatzprogramm für, jedenfalls bisher, diese erste Staffel. Mehr Fantasy. Ja, genau. Also, auf jeden Fall viel mehr Fantasy. Schauspielerisch ist es gut. Wir haben ja auch einige britische Charakterdarsteller. Peter Guinness als Sir Ictor, wobei ich immer an Sir Ictor denken musste. Oh Gott. Mit Terrence Maynard, auch einer der Paladine, ist sogar ein Schauspiel aus The Witcher zugegen. Wie ich am Anfang auch gesagt hatte, kam mir teilweise vor wie eine Mischung aus The Witcher und Xena Warrior Princess. Und ich meinte das auf eine, auf eine liebenswerte Art. Ja. Ich fand's nicht besonders involvierend, aber auch nicht besonders nervtönt. Ich mochte halt einige Charaktere nicht und andere wiederum, den hab ich dann gerne zugesehen. Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt immer so volle Kanne mitgefiebert habe, aber ich war auch nie jetzt mega desinteressiert und dachte mir, oh ja, kann man so gucken hier und da. Ich bezweifle aber, ob ich's halt wirklich effizient weitergeguckt hätte, hätte ich das nicht für diesen Podcast machen müssen. Ich vergebe da auch mal sehr, sehr lieb gemeinte und solide 3 von 5 und würde sagen, schaut mal, entscheidet für euch. Lasst euch aber von den extrem stylisierten Trailern, vor allem von diesem Teaser, nicht so hinters Licht führen wie ich, weil die Serie ist nicht ganz das, was da repräsentiert wird. Ja, trifft es sehr gut. Ja, ich kann mich da größtenteils anschließen. Bei mir käme die Serie, wo er noch so ganz knapp auf 3 von 5 CGI-Wurzeln in Catherine Langford's Gesicht. No. Und jemand anderes kriegt eine CGI-Wurzel ins Gesicht. Sie ist, es ist wirklich, es ist in vielerlei Hinsicht einfach eine Serie, die eigentlich so nur auf Netflix laufen kann. So mit Vor- und Nachteilen, vor allem was diese aufgedrückte Diversity angeht, das sehe ich persönlich ziemlich kritisch. Also, ich habe nichts gegen Diversität in Serien und Filmen, das kann ich nur noch mal sagen. Aber hier sind sie echt übers Ziel hinausgeschossen. Und es wirkte teilweise wirklich so, ja, weiß ich nicht, wir müssen jetzt in jeder Szene, müssen wir mindestens einen schwarzen Darsteller drin haben. Oder ansonsten, ja, ist das Ganze solide. Man kann es sich schon irgendwie angucken. Es steuert natürlich auch unweigerlich auf eine zweite Staffel zu, wie man das kennt. Ich bin gespannt, wie sie es überhaupt mit der Vorlage machen wollen. Ja, irgendwie, es wirkt alles sehr gewollt, tatsächlich. Ist in meinen Augen so ein Kondensat eigentlich aus dem, was gerade alles so in dem Bereich en vogue ist. Muss jetzt nichts Schlechtes bedeuten, aber ist eben halt symptomatisch, ja, für Netflix. Ja, Gott, kann man sich ansehen. Ist jetzt keine, sag ich jetzt mal, ganz böse Mädchenserie durch und durch. Das muss man sagen. Also, wer jetzt irgendwie da Vorurteile hat wegen der Hauptdarstellerin, die wirklich gut ist, also von der, da möchte ich noch mehr von sehen, die ist wirklich, wirklich gut. War ja einer der Gründe, warum ich es mir angucken wollte. Ja, und wer irgendwie Spaß einfach hat an einer etwas anderen Interpretation der Arthussage, die sehr frei ist, sagen wir es mal so, und leider auch so überkomplizierter, als sie eigentlich sein müsste. Also, ich denke mal, dass das hier wahrscheinlich komplizierter ist, als die eigentliche Arthussage, was schon was heißen möchte. Wenn man mal so in die Wikipedia guckt, dann, ja, kann man da schon irgendwie mal einen Blick riskieren. Bildet euch da gerne eine eigene Meinung, aber erwartet jetzt auch nix weltbewegendes. Auch wenn die Serie das an manchen Stellen, glaube ich, ganz gerne wäre. So rein inszenatorisch auch. Also, da gibt's vor allem die Schlussszene, fand ich extrem seltsam geschnitten. Und so wannabe, wir müssen jetzt noch mal Tension aufbauen, egal. Das ist das erste Mal, dass ich dich wannabe hören, sagen höre, ach Gott. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende, weil so wahnsinnig viel kann man eigentlich gar nicht sagen zu der Serie. Aber wir haben ja schon ordentlich gebraucht, um überhaupt jetzt so die wichtigsten Figuren und so weiter zu umreißen. Ja, ich möchte noch kurz auf die inszenatorische Schwäche zu sprechen kommen. Oh ja, okay. Von, die ich gerade meinte. Und zwar, diese Szene mit dem Dorf fand ich ja diese Plansequenz ganz nett. Ja. Aber dann gibt es diese Stelle, wo Nimue irgendwie sich erst in so einem Häuserschlag versteckt und dann auf der anderen Seite diesen kleinen Jungen entdeckt, auf der gegenüberliegenden Seite irgendwie, der da irgendwie rumläuft mit dem Schwert und irgendwie kämpfen will und dann huscht sie halt darüber und an Peter Mullen und diesem weinenden Mönch vorbei. Oh, echt? Also sie läuft wirklich frontal an denen vorbei. Es kann eigentlich unmöglich sein, dass Peter Mullen sie nicht gesehen hat, aber in der Sequenz, in der darauffolgenden Sequenz, steht dann Peter Mullen an einer völlig anderen Stelle. Und das wirkte, das wirkte einfach so doof. Also da war ich auch teilweise echt am überlegen, ich hatte teilweise der Eindruck, dass Peter Mullen und Catherine Langford eventuell da nicht am selben Set waren. Sprich, dass das eine irgendwie in das andere, also dass das ein Composite-Shot war, was jetzt nicht so viel Sinn machen würde. Weil, man muss sagen, die Serie sieht jetzt überwiegend nicht unbedingt nach Studio aus, aber auch leider ... Oh ja, das ist offensichtlich sehr viel im Freien gedreht. Ja, das kann man dir zugutehalten. Auch dieses Set-Design und so ist eigentlich überzeugend, aber ja gut, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Ja, habt Spaß mit dem Ding. Wenn euch so was interessiert. Und ich weiß nicht, jetzt so am Ende noch die Gretchenfrage, vielleicht werdet ihr es weitergucken, wenn Staffel 2 kommt? Für eine Kritik bestimmt. Ja, vielleicht, gut möglich. Weil ich meine, es sind bei bestimmten Sachen ... Ich habe halt echt tierische Angst, dass sie dann irgendwie so ihr Pulver verschossen haben und dann sagen, fuck it, wir müssen jetzt irgendwie weiter, weil ich sehe nicht wirklich, dass es jetzt so groß rauskommen wird, dass sie sagen, oh ja, unbedingt, halt hier, yeah. Ähm, keine Ahnung, da bin ich mir halt wirklich nicht ganz sicher. Aber da hatten sie ja drauf gebaut, halt, ne, vom ganzen Marketing her. Ich meine, du musst überlegen, die Buchvorlage ist zwei Monate vorher erschienen. Ich meine, vielleicht findet man ... Es passieren die erstaunlichsten Dinge. Vielleicht wird dann genau das eintreffen und so viele Leute sagen, oh my God, I fucking love her in this role. New favorite character. Oh, it's like so cute, how we are doing it with the faithful and all of it. Oh, she and I are so cute together. Oh, here fanfic and the fan drawings. Oh, halt, kann gut sein, dass genau das passiert. Ja, aber die Serie wird jetzt ... Ich wage es mal zu behaupten, ja, die wird so ein paar Tage jetzt irgendwie ein bisschen im Gespräch sein und dann vergessen werden. Das ist eine typische Netflix-Serie. Wie sagt so der Kollege Stuso gerne? Schöne Grüße an dieser Stelle. Auch wenn du das eh nicht hören wirst. Netflix-Produktionen wie diese haben die Haltbarkeit von Frischmilch. So viel kann ich allerdings sagen. Und das trifft hier in mehrerlei Hinsicht zu. Und ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort, oder? Das stimmt, aber ich muss auch noch etwas anderes abschließend sagen. Denn diese Interpretation der Arthussage hat sehr viel eher Chance auf eine Fortsetzung als Guy Ritchie's King Arthur Legend of the Sword. Boah. Das ist ein schönes Schlusswort, ja. Vielen Dank, vielen Dank. Würde ich sagen, beenden wir diese Tafelrunde hier mit. Oh ja, absolut. Wir erheben uns, recket eure Schwerter, machen wir uns auf zum nächsten großen Projekt, welches kritisch besprochen werden möchte. Und wir wünschen euch allen eine gute Heimreise auf den dunklen Pfaden. Haltet eure Klingen bereit für eventuelle Copyright-Banditen. Und wir wünschen euch eine gute Nacht und eine gute Zeit draußen im Mondlicht. und hütet euch vor den Wölfen und den Trolls. Geboren zum Podcasten, um beim Podcasten zu sterben. Ciao, ciao. Ciao. Ei. Wiedersehen. Applaus Applaus Ja.